Hallo und recht herzlich willkommen zu dem zweiten Part von CubeWorld. Ich nehme den Grad auf, wenn der erste noch hochlädt, deswegen kann ich das schlecht noch auf eure Kommentare antworten. Ich mache jetzt eine lange Aufnahme-Session und dann werde ich aber auf eure Kommentare antworten. Ja, wie gesagt, auch mit euch interagieren, das ist einfach, das gehört zum Let's Play dazu, das ist wichtig, dass man mit seinen Zuhörern interagiert. Und jetzt sind wir schon im Spiel, wir hatten ja, nee, aus der Gegend gehen wir raus. Geht's dann zurück zum Dorf? Da war nicht den, nicht den Ogre. Komm mit, mein Let's Play Bunny. Moment, ich muss mal kurz Sound anmachen. Option, Sound mache ich mal auf 30. Und wo geht's dann noch nach Süden? West, nach Süden. Nach Süden. Ja, da geht's dann noch. Ach, der ist dann noch vor. Anruf, Bunny. Die ist dann auch noch. Ja, derört mit, die ist dann auch noch. Ab nach Süden. wie gesagt den ersten mache habe ich 37 und die anderen wenn ich jetzt alle 15 bei der braucht 600 minuten zum hochladen und das schon krass und deswegen mache ich lieber jetzt so 15 minuten das war halt für das let's play anfangen wenn es nachher nicht so spannend wird werde ich ja noch mal 30 minuten parts machen aber jetzt erst mal 15 minuten parts dass ihr euch nicht wundert im moment hatten wir schon glasflaschen und manchmal ich hab da eben heiltränke ich hab kaum mehr zehn machen geil also hier vielleicht seht ihr die master nicht dann mal gucken da geht man hier auf dieses schwert da und dann kann man gedrückt halten und dann kraftet er das da ist ein dach willkommen mit banni vielleicht spielte auch noch mal in den nächsten part musik ein ich will schon mal nach einer playlist gucken die fehlt hier noch ein bisschen da pferde warte haben wir vielleicht haben wir einen pineapple nee wir hatten keinen pineapple wir hatten nur einen bei anderen dann kennen wir die halt ich spule mal kurz welche wenn ich den betroffenen einfach spani auch das her wenn er denn stöte aaaaaaah die rechtsblickattacke ist sehr effektiv bei dem weg ja da kann man ja so diese maschine wäre beim coolen auch das ist deswegen ist das schon richtig krass im spiel obwohl es erst die alpha ist ich bin gespannt wie es ach scheiße ich habe es gerade so wie es dann in der beta aussieht dass man hier dann rutscht bei dem weg haben wir ach nöööööööööööööööööööö pet food pancake nice wir haben pancakes dankeschön jetzt haben wir noch ein neues pet food ja da kann man im inventory ist an dem pet slot dann kann man hier mit rechts klick das dann hier so wird das dann und hätte das hin vorgabste back wenn man das hier was man gerade zum beispiel ich mein bunny das dann gegen einen essen tauscht dann wird das die pxp zurückgesetzt vielleicht können wir einen rahmen ziehen aber ich würde dann doch erstmal bei dem bunny bleiben ich weiß dass die pxp und ich habe das ich weiß nicht ich weiß nicht die pxp und das wie die pxp die pxp und die pxp das die pxp die pxp ja ich bin richtig geil das hat doch ein richtig geile widerspiel und ich habe jetzt ewig lang nicht mehr gespielt und jetzt habe ich so mega dermaßen drauf wie gesagt man hat der wir gesehen habt dann den ersten der ein charakter habe ich bis level 19 gelabelt und ranger ist auch noch richtig geile klasse ich bin ja so fernkämpfer ich probiere zurzeit aber auch gerade wo ja aus und letztlich und ihr dann aussuchen was ihr nehmen wollt ihr könnt auch wenn wir genau das gleiche nehmen dass kein problem hat was ihr gerne gut ein schreibt und so nein ist noch ein level ab dann können wir jetzt mal noch mehr im nächsten level können wir dann auf dem tier reiten auf level 4 dann werde ich climbing Weil dann können wir ja bald mit so einem hänge Kleider von hohen Bergen kleiden. Können wir vielleicht eine Katze erzählen? Magst du das? Nein, magst du das? Da musst du sterben! Nein, 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 nein! Können wir die töten? Ja, die, wenn ich einkohlen könnte. Nein, ich hab noch nicht beide geklappt, aber egal. Das ist mein Wunsch, ich hab noch das Level. Geht auch gut. Ja, gut. Ja, die sind locker zu viel. Aber die sind locker zu viel. Ganz okay. Ich hab volles Bunnies. Gut gemacht. Komm, wir können mal direkt in den nächsten Level. Angriff? Die Beatles? Was? Die Beatles, da auch immer jemand. WTF? Ich hätte gerne nur einen holen können. Wow, aber nicht. Der ist nämlich rot. Nein, nicht bei dem. Verdammt. Wir sind tot, wir sind tot. Boah, wir haben den Großen besiegt. Cool. Ab nach Süden. Wo bleibt mein Bani? Da ist mein Bani. Mit Steuern kann man hier auch klettern. Die Stamina leer ist dann nicht mehr. Ba-ba-ba-dub. Du-du-du-du-du-du. Du magst du denn Pancakes? Oder warte, warte, weiß man das immer? Ja, Pan- Pancakes. Magst du das? Mein Anke? Guck, guck, guck. und vor allem wenn sie haben sind für den anfang auf jeden fall später lohnt sich dann noch hier nicht wirklich aber dann sollte man auch alles killen dass man killen kann ohne die wolfe sollten wir zum beispiel nicht killen die sind nämlich noch zu okay für uns heißen dann ich hoffe euch gefällt das projekt wie gesagt ich werde halt noch jetzt eine große aufnahme session machen bitte schreibt mir auch in die kommentare was für mich als es andere ich habe um ein Lämmen Lämmen und dann vielleicht ist es oder kann ich damit die Lämmen bietet es dem Gegner kann man auch sehen Mögt ihr das? Erstmal mich heilen und dann Töbel Waaah Lämmen, Lämmen Das werde ich jetzt echt mal probieren ob ich die Lämmen bietet vielleicht mit Wäre logisch weil es Lämmen ist Nein kann ich nicht Doch Cool Ich kriege einen Lämmen bietet als Haustier Level 3 geil Lämmen Hallo Cool Also Also Nehmen wir jetzt Name Pad Let's Play Eigentlich Let's Na geht doch komm Let's Play Jetzt killen wir deine Abgemacht Verdammt 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 Ja Ja Aber der hat den einen Strahl deswegen gehen wir auf den nicht drauf Ah 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 Nice Wir müssen jetzt erstmal den Eingang suchen Wie gesagt Wo magst du Magst du Bananasplit Magst du Pancakes Magst du Magst du Mal Schreiben 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 Termine vereinbaren Dann können wir mal Cube Worts zusammen spielen Wenn ihr wollt Wir können Terraria zusammen spielen Also da würde ich dann auch viel mit euch machen Okay Nice Also Cube Das macht mir echt Spaß und auch für euch aufzunehmen Und jetzt können wir uns hier heilen Cool dann brauche ich keinen Heiltrank zu verschwenden Was heißt verschwenden zu benutzen Verschwenden wir es wenn wir ein HP nur noch hätten bis es voll ist und dann ein Heiltrank das wäre verschwenden Wir könnten noch Pumpkin und Ginseng Und noch Mushrooms mit Also wenn man ein bisschen durch die Gegend reist und Sachen einsammelt dann kann man nachher richtig viel zu essen machen wie man sieht Deswegen alles looten was man sieht Och ne So 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 Untertitelung des ZDF, 2020